Aus der Ferne betrachtet sieht es fast wie Grünland aus. So viele Maulwursthaufen finden sich auf meinem Acker. Auf diesem Acker wurde nach der Sommerzwischenfrucht in Mulchsaat der Weizen gesät. Man sieht schön, wie offen der Boden ist, trotz des vielen Regens, den wir in den letzten Tagen hatten. Er kann gut und frei atmen. Wir erinnern uns, im Sommer wurde nach der Gerstenernte eine Zwischenfruchtmischung gesät, die dann am 1.10. mit der Wässerwalze gestoppt wurde. Das Material ist 15 Tage auf dem Acker abgetrocknet und wurde anschließend am 15.10. mit der Kurzscheibenegge flach eingearbeitet. Dann erfolgte am 17.10. die Aussaat in dieses Saatbett hinein. Zur Aussaat kamen 250 Körner Winterweizen der Sorte Gentleman. Und nun sehen wir, wie der Acker jetzt aussieht. Es sind die Reihen gut erkennbar und der Boden liegt richtig schön locker. Ich bin gespannt, wie sich dieses zur Ernte präsentieren wird.